Restaurant und Essen Nun wissen wir uns auch im Notfall zu helfen und können uns beruhigt, angenehmeren Dingen zuwenden. Ausflügen, Einkäufen und vor allem Essen. Restaurants und Essen Es ist immer ratsam, einen Tisch zu reservieren, einen Tisch bestellen. Das lässt man meistens am Telefon erledigen. Guten Tag, kann ich noch einen Tisch für heute Abend bestellen? Daraufhin werden wir sicher gefragt, für wie viele Personen? Die Antwort könnte lauten, ich bestelle einen Tisch ab 8 Uhr für vier Personen. Wie schade! Bedauere! Aber wir sind schon ausgebucht! Manchmal löst sich das Problem, wenn man zeitlich flexibler ist. Erst ab 9 Uhr In vielen Ländern ist das bereits verboten, aber vielleicht fragt man sie doch. Raucher oder Nichtraucher? Das wäre es. Wir sind da und haben einen Tisch. Man lässt sie am Eingang warten. Wir haben einen Tisch bestellt. Das freundliche Personal führt sie zu ihrem Tisch. Nehmen Sie bitte Platz. Aber vielleicht haben wir davor noch ein anderes Bedürfnis. Wo ist die Toilette? Wir sitzen schon seit 20 Minuten da. Wo bleibt die Bedienung? Herr Ober, Kellnerin. Aus irgendeinem Grund verlassen wir uns auf den Kellner und fragen, was er empfiehlt. Was empfehlen Sie? Aber vielleicht fragt er uns, was wollen Sie bestellen? Wie gesagt, über Geschmäcker lässt sich nicht streiten. Aber dieser Satz kommt immer. Das empfehle ich sehr. Für mich bitte eine Suppe. Und bevor ich erkläre, welche, sage ich, ich bestelle. Was hast du bestellt? Das will ich auch. Ich nehme das Gleiche. Vielleicht wollen wir später noch etwas. Aber im Augenblick. Das ist vorläufig alles. Natürlich gibt es hier nicht nur Essen. Was möchten Sie trinken? Was möchten Sie trinken? Was? Für mich bitte. Für mich bitte. Sätenäuel. Sätenäuel. Mineralwasser. 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 Das klingt zwar auf der ganzen Welt gleich, aber dennoch Cola, Soda, Limonade. Ah, das war gut. Bitte noch ein Glas. Und wenn wir mehr wollen? Ich möchte noch... War das genug? Ja, das ist alles. Danke. Zwei Wörter, die die Atmosphäre immer und überall lockern. Prosit, zum Wohl. Und natürlich, guten Appetit. Wir haben gegessen, sind satt und der Küchenchef fragt, wie war es? Was kann man darauf antworten? Ausgezeichnet. Es stimmt, ja. Das Essen hat sehr gut geschmeckt. Oft reicht dazu die international bekannte Geste, aber höflicher ist die Rechnung, bitte. Sie werden diesen Wink mit dem Zaunpfahl sicher verstehen. Zur netten Kellnerin darf man ruhig etwas persönlicher sein. Das ist für Sie. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017